Musik So und hallo an alle und willkommen zu einem neuen Let's Trash Endlich geht es los, ich hatte es ja schon seit langem angekündigt und zwar wie man hier sieht, Baumaschinen Simulator oder Construction Destruction Das Ganze ist von 2008 und ja, wie gesagt, Let's Trash heißt also, es kann kein so gutes Spiel sein So, Career Mode gehen wir jetzt erstmal Ich habe das Ganze schon mal getestet, aber ich denke mal, wir werden dann später im Free-to-Play-Mode weitermachen Oder Free-Play-Mode So, ich habe hier schon mal Account erstellt, Easy nehme ich jetzt erstmal, weil ich kenne mich hier mit der Steuerung einem noch gar nicht so richtig aus eigentlich Aber, naja, ich habe sonst immer im Free-Play-Mode gespielt und jetzt halt So, Jobs finished, haben wir noch eigentlich gar nichts, dann machen wir mal hier Continue Ja, hier, Beginn So, ja, 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 komm, das wollen wir jetzt alles nicht hören Und ich muss ja erstmal die Perspektive richtig machen Ja, so sieht das Oh Cool, sogar mit der Sonne hier Das einzig Gute, aber alles andere ist schlecht, guckt euch das hier schon mal an, der Weg und alles, wie es aussieht So Und dauert das mal wieder ewig, bis der jetzt ankommt Ach ja Guck mal hier diese Grafik an Das Spiel ist von 2008 Na gut, 2008 hat man das wahrscheinlich nicht besser hingekriegt Wieso macht das immer von vorne, von der Vorderansicht Ist ein bisschen nervig Alter, das sind nur ein paar Kegel Ich glaube, jetzt muss man da hin Ne Ach ne, das war die andere, genau Die Grafik hier, die Bäume vor allem Ist alles so schlecht So war das hier, wo muss ich jetzt hin? Ich weiß es gar nicht mehr Warte mal So Das schaffst du, komm Alter, wie das aussieht, ey, wenn die umfallen Jaja, der Typ labert immer ein bisschen, ist ein bisschen scheiße Da muss man hin Natürlich immer das Letzte, wo man hinfährt Alter, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los, hä? Wie sieht das denn aus? Ey, der kriegt die Grafiken irgendwie nicht geschissen Ich weiß auch nicht warum An dem anderen Rechner war die besser Naja, keine Ahnung Die wichtigsten Sachen können wir noch erkennen, ich glaube Ach ne, ne, da sollen wir gar nicht rein Ah, das Geräusch, das nervt auch so Ich kann das jetzt hier auch gar nicht einstellen So, ähm Ach, wir sind schon längst drüber weg, das erkennt man ja kaum Wir sollen das in das gelbe Feld schütten Na, bisschen so noch So So, jetzt, ähm, wie war das? Drei? Ne, neun Und dann plus Oder enter Hä, wie war das jetzt? Ach jetzt So, jetzt müssen wir, glaube ich, wieder davor So So, neue Befüllen Toll, wie der Stein da vorne drauf liegt Oh, wann ist denn er mal voll hier? Ah, jetzt Alter, wie das nervt Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen mehr, äh Warte mal so Äh Ne, nicht so Dann neun Und enter wieder So, und nun Müssen wir jetzt so oft da reinfahren, bis das irgendwie der ganze Schutt da liegt oder was Also, wie lange das vor allem dauert, bis er mal voll ist Na komm Ach, das gibt's doch nicht Also, es ist echt ein schlechtes Spiel Deswegen ja auch Let's Trash Und ich krieg das ja jetzt gar nicht richtig auf die Reihe Weil, wie gesagt, die Steuerung ist ziemlich kompliziert Nicht wie bei anderen Spielen So Ja, und nun Einmal neun Ne, drei Bis, ich komme mit der Steuerung gar nicht zurecht Wenn man da in dieses Loch fährt, dann ist es natürlich auch vorbei Ist mir schon mal passiert im Testlauf Kommst du nicht mehr raus Zumindest nicht mit dem komischen Wagen hier Also, wie oft müssen wir es noch befüllen? Steht da irgendwo mal ne Information oder so? Wie groß das zwischen ist? Alter Na, was soll ich damit machen? Warte mal Nein, nicht, nicht, nein, nicht, nein Scheiße Scheiße, wir fallen Wir fallen Ich, ich komme nicht mal zurück Oh, ne Wie kann das nicht an der Wand so gut halten? Na gut Jetzt macht's auch nichts mehr Ich glaube, da fährt auch jetzt gar nichts raus, oder? Da kommt man nicht weg Na komm, dann machen wir mal Quit Ja, ja, gut Und wir machen mal Free-to-Play Oder Free-Play-Mode Da kann man das ganze Level hier nochmal machen Aber ich nehme jetzt Das haben wir Level 2 nehmen wir mal Gut So, Level 2 Was soll man hier eigentlich machen? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern Ich hab das früher schon mal gezockt Vor Jahren Oh, Alter Die Sounds Vor allem, wie das hier aussieht Äh, ist doch schlimm Und jetzt ruckelt's auch wieder ziemlich So, wir können jetzt endlich mal anfangen Hier auch ein bisschen was einzureißen Aber das haut's ja anscheinend nicht Das war ein anderes Das war Glaube ich Da vorne das, oder? Das hier soll eingenissen werden Genau Aber ich würde sagen Dann nehmen wir mal einen anderen Wagen Und zwar Der Abwürste Der Abwürste So, wo war das jetzt? Oh, das ist die langsam So, ich glaube die Das Ding kann man ausfahren Genau, mit der 3 Können wir die Kugel ausfahren So Guck das mal an Wie lange man fährt Gibt's ja nicht Also ich kann mir ja schon denken Dass das ein bisschen langsam ist hier Das Vieh, aber Ist ein bisschen übertrieben Guck das mal an hier Ist ja wie in Minecraft Wie mit Schleichen, ey Ich weiß Ich vergleiche die Spiele mal mit Minecraft Aber ist doch egal Alter Alter Alter, wie laut Warte, ich muss Warte mal Ich muss mal Auch wenn man jetzt das Spiel schon verloren geht Aber ich muss ja mal Ähm Dingens wegmachen Also die Sounds sind mir ein bisschen zu laut So Und die Musik übrigens auch So Freeplay Mode Ich hoffe jetzt ist es ein bisschen leiser Also dann auch im Ingame So So Dann wieder den anderen hier Jetzt natürlich der Spielfortschritt verloren gegangen Das ist sehr schlimm Weil das ist ja das beste Spiel Da willst du ja nicht, dass das verloren geht Alter, wie laut Hallo Alter, wie laut Das hat sie nicht geändert Was ist denn hier nur los Komm, da fahre ich jetzt erst mal hier diesen scheiß Gartentisch in den Pool Vor lauter Wut Wohl mit einem SP Äh PS Ne Ich bin FPS schon das Wort so gewöhnt Das heißt aber hier in dem Fall PS Äh Mit einem PS kriegst du das nicht hin Nehmen wir mal lieber Das ist ja genauso scheiße Nehmen wir mal lieber den hier Ach der ist ja dann zum Wegräumen Der Gabelstapler Ist es überhaupt der Gabelstapler? Ne Ich glaube das war noch ein anderer Ich glaube ich muss die Sounds dann ein bisschen runterpegeln Ich höre mich halt selber kaum Alter, du kommst da nicht voran Komm Nimm ich halt einen anderen Den hier Hör mal einen mit Ja der ist ein bisschen schneller Zum Glück Wie das aussieht hier Natürlich Ey vor allem wie der gerade reingefallen ist Das sieht so so geil aus Ach ja hier Wo man das Ding hier hat, ich weiß nicht Was soll das Ding hier eigentlich sein? Ich wusste das mal auch Das zehn Millionen Jahre her gefühlt Tu muss mal weg Hm hier nochmal Bäume umfahren Komm wir zerstören ja einfach mal alles Ist doch egal Eigentlich diese Animationen hier von den Bäumen Ey es ist auch traumhaft einfach Das AdultX Auch Ich fühle dich